Hallihallo meine Freunde, hier ist mal wieder euer Maximus, der Buch ist bei euch zu einer weiteren Folge Euro Traxmanator 2. Heute sind wir unterwegs als Silo-Fahrer. Ja, Silo. Wir haben wie viel Tonnen? Wir haben 25 Tonnen Mehl unterwegs. Und die Frage ist natürlich, werden wir diesbezüglich auch einen neuen Trailer bekommen in der 1.37? Vielleicht hat sich das ja schon alles geklärt. Ich nehme das ja alles hier am Samstag den Sinten auf. Neuer Silo-Flieger? Fragezeichen. Ja, bin ich mal gespannt. Wir fahren einfach mal rüber. Wir sind hier in Hex-Bach-Das-Essen, hier bin ich. Wir sind unterwegs in Osteuropa und Rotlichtfahrt ist natürlich nicht gut. Das macht man nicht. Aber ich finde die Lackierung hier sehr, sehr hübsch. Oh, hier ist die Polizei. Ja, denen geht es auf jeden Fall nicht so gut, ne? Also, schreibt das mal rein, ob es denen gut geht, hier den Volkspolizisten in seinen Datscher. Yes, baby. Waren ja alle nur so Datscher, wa? Okay, wir müssen uns mal ein bisschen bemühen, weil wir haben doch schon über 280 Kilometer auf der Uhr. Und das ist hier wahrscheinlich alles so ein bisschen Landstraße. Ja. Und wenn wir die 1.37 noch nicht haben, dann werden wir wahrscheinlich die Woche danach auch nochmal ProMod sehen. Ansonst, äh, ja, sieht das erstmal schlecht aus als ProMod. Nur mal so, just for info. Maximus ist unterwegs. Ja. Wuschbar. So, haben wir wenigstens auch Streckenabschnitte, die wir noch gar nicht gefahren sind? Ich bin ja mal gespannt. Ich denke mal, wir fahren hier ein bisschen über Land. Also Autobahnen werden wir heute nicht sehen. Ich finde es ja immer wieder schön, mal ein bisschen Landstraße zu fahren. Das Problem ist halt, bei Landstraße war es hier immer so eine Eier hier vorhin, die nicht aus dem Knick kommen. Und somit... Ach, Edeltraut hat hier einen Küssen gegeben. Und keine Angst, Katzenpaul liegt hier unten. Sein Kumpel ist hier oben, Garfield. Passt alles. Für Leib und... Wie heißt das nochmal? Für Leib und... Wohl ist gesorgt. Ja, das ist jetzt das letzte Video, was ich aufnehme. Also das letzte Video, hört sich jetzt an. Das letzte Video, was ich jetzt hintereinander aufnehme für die Woche. Das ist halt immer ein bisschen... Muss ja ein bisschen vorarbeiten. Und dann aber auch wird ja hier nichts. Da will ich ja eigentlich nur Livestreams machen. Und keine Videos weiter aufnehmen. Außer es kommen irgendwelche News. Juhu. Nur so. Am Rande. 1110. Das ist aber echt teuer. Ja, mal gucken, ob die dynamischen Verkehrsregelstrafen kommen oder nicht kommen. 80 kmh dürfen wir hier fahren. Ach, da war vorhin 70 oder 60 oder was? Schon wieder vergessen. Ach ja. Was soll ich dazu sagen? Aber ich muss sagen, der Trailer hier sieht echt sehr, sehr hübsch aus. Also es ist ein hübsches Ding hier. Hier war hier durch. Äh, wo sind wir eigentlich? Durch die Gegend hier krusen. Ich muss mal ein bisschen Tempomat hier rausnehmen. Weil ich hier mal die Vermutung habe, ich komme zu doll ran. Aber, ähm, ihr habt ja auch schon das Öfteren geschrieben. Es gibt ja für den Volvo auch so ein gewisses Facelift. Und ich dachte mir, ja, man könnte ja durchaus mal wieder Volvo fahren. Eigentlich wollte ich den Scan ja nochmal nehmen. Aber ich habe da jetzt für den Silo keinen richtig schönen Skin gefunden. Also einen Skin für den Silo schon, aber für den LKW nicht. Da habe ich dann das gefunden und dachte mir, oh, das sieht doch auch eigentlich mal ganz gut aus. Äh, alles Team Workshop, ja. Du musst da selber mal ein bisschen googeln. Ich kann die V-Leute nicht immer unterstützen. Na, ich tue das immer hier. Klick. Rein in die, in die Box. Und dann, äh, ja, ich habe es dann wieder vergessen. Und aktiviere es dann einfach. Wenn ich es brauche. Aber es geht aber auch gut voran. Denn wir haben jetzt nur noch 220 Kilometer. Ups. Hey, ist Kanonenrohr. Und jetzt sehen wir da hinten gleich so eine kleine Schlaufe, die wir hier langfahren. Das Gras können sie aber auch mal in der Seite mähen. Ist ja gar nicht, wenn irgend so ein Getier hier auf die Straße rennt. Naja, gut, dann ist es eh zu spät. Wirklich Gras. Dann würde ich sagen, hoffe ich, dass wir jetzt hier diese ganzen Leute, die vor uns fahren, jetzt loswerden. Na, ich sehe schon, da vorne fahren schon welche ab. Der LKW ist schon abgefahren. Der bremst hier. Und nein, der muss auch hier langfahren. Ach. Hört doch auf. Als wenn er es wüsste. 25 Tonnen. Äh, 540 PS. Hab ich, glaube, reingemacht. Ich hab mich auch für die Kabine entschieden, die jetzt so nicht dieses Flats hat. Ich dachte, ich nehm's einfach mal so. Oh, hei. Ah, Bruder. Ah, ist ja wieder ganz toll. Ganz toll. Vielleicht wäre die richtigen Idioten vor mir. Mensch, ich hab Zeitverzug im Abfahrtsplan. Bollen Blase. Hä, vielleicht gibt's da noch irgendwo eine Möglichkeit, dass die woanders langfahren? Nee, da ist ne Absperrung. Sag mal, fahren wir vielleicht doch auf ne Autobahn? Das sieht ja fast da aus. Dann vielleicht fahren wir doch Autobahnen. Das ist ja cool. Ja, wir fahren Autobahnen. Wir fahren Autobahnen durch Rumänien, Bulgarien. Ach, was blinge ich denn? Äh, ist ja doch cool. Dann fahren wir ja. Dann kann ich hier alle überholen. Einen starken Motor habe ich hier drin. Das ist aber auch alles enge hier. Meine Güte. Das ist aber... So. Dann fangen sie jetzt hier an wahrscheinlich mit Autobahn bauen, ne? Wollen gleich vorbeiziehen hier. Naja, der hat ordentlich aufgehalten. Aber jetzt kommt mein... Oh, der blinkt, der blinkt. Ah, jetzt ist es zu spät. Allzu spät gesehen, Freund. Habt ihr nicht gesehen? Äh, bin ja auch neu auf der Autobahn. Guckt mal hier. Hier bin ich noch gar nicht lang gefahren. Kann sowas mal passieren? Ui. 166 Kilometer. Immer noch 25 Grad. Warm. Wir könnten mit einer LKW jetzt 100 fahren, aber das sparen wir uns. Wir könnten vielleicht... Ja, 85 machen. Ja, 100 km haben mit einer LKW. Ist schon... Muss ich sagen, ziemlich zügig. Obwohl ja die LKW ist ja... Eigentlich so in der Dreh auch schon hier fahren in Deutschland, ne? Also, was stellen sie mal? 81, 90, irgendwie so in der Dreh. Die Toleranz ist ja dann immer noch, aber... Naja. Würde man sie wahrscheinlich selber auch machen. Oktober ab 90 ist dann wirklich abgeriegelt, ne? Dann geht nicht mehr. Wie ist denn das überhaupt, wenn ich hier mit einem LKW 100 fahren darf? Ist denn der Regler draußen? Oder wie funktioniert das dann bei denen? Ist jetzt mal eine ganz doofe Frage. Oder wird das denn durch den GPS-Daten... Aha, du bist jetzt in diesem Land, in Rumänien? Hinterglobe jetzt Rumänien, ne? Ja. Oh ja. Und... Da durfst du jetzt... 100 fahren. Hm. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall haben wir noch 120 Kilometer. Und eine weitere Baustelle. Also, hier wird ordentlich rabotert. Hier wird... ...gearbeitet. Die Sau. Oh, Mann. Nichts kaputt hier, ne? Wie? Und da vorne müssen wir auch gleich labeln. Ja, das ist glaube ich vorbei mit der Autobahn fahren, ne? Das war ja... ...ein kurzes Spiel hier. Hm, na toll. Ich hab mich so gefreut. Nee, eigentlich sehr. Über Land fahren viel, viel interessanter als jetzt hier Autobahn. So. Uh. Na los, Baby. Komm, 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 komm. Du musst jetzt mal ein bisschen... ...zeigen, was du kannst. So, hier kommt nix. Doch, da kommt was. Komm, komm, wo war's. Na ja, geh mal raus, dann geht's ein bisschen schneller. So, hier ist frei. Der Bus hier. Ach, der wartet auf uns. So, sehr gut. Er hat's hier gesagt, ne? Hier kommt der Maximus. Hier muss ich jetzt mal ein bisschen... ...dem vorlassen, ne? ... ...sonst gibst du mir hier Ärger. Rabbits in der Kiste. Es rappelt in der Kiste. Tsss. Ach, der ist auch mal wieder schön mit dem Volvo zu fahren, muss ich ehrlich mal sagen. Macht mal wieder richtig Laune. Oder, Edeltraud? Hier durch die Gegend zu cruisen. Hier ist die kleine Church. Kleine, süße Kirche. Oder was ist das? Oder ein Kloster. Sieht aus wie so ein... Na ja, nie doch, so eine Kirche. Oh, mal rein hier. Nicht, dass ich gegen den Bus ramble. Mit dem Bus müsste man eigentlich auch mal wieder fahren. Oder mal mit dem Auto. Was haltet ihr davon, dass ihr mal mit dem Auto hier mal eine kleine Tour machen? Könnte ja durchaus mal interessant werden. Oh. Und wieder mal eine Baustelle. Alter. Oh, das war wirklich jetzt... Ja, jetzt nur knapp, ne? Nummer 158. Muss ja die... ...Baulage... ...ziemlich groß sein. Wenn die Firma, ne? Wenn sie... ...jetzt so ein... ...wenn die jetzt so... ...nur viel Fahrzeuge haben, ne? Also, muss ich auch sagen. Machen die nur Silo-Transport oder was machen die denn noch? Ist hier irgendwo drinnen, wo die herkommen? Äh, das ist nur noch eine Telefonnummer oder was da hinten ist. Das ist eine Com-Adresse? Wahrscheinlich gar nicht, gar keine deutsche Firma. Ich würde mir jetzt mal irgendwie... Ich würde mir jetzt mal sagen, so irgendwie wie Holland, äh, sowas in der Art. Ah, hier ist so ein Aufleger, will ich auch mal wieder erfahren. Irgendwie da oben, Niederlande, Holland oder sowieso. Könnt ihr mir jetzt vorstellen. Oder Edeltraud, was sagst du? Da fährt ja mein Passat. So, 70 Kilometer noch. Wir kommen auch jetzt langsam so in die... ...in die Abenddämmerung. Ich habe auch mal gesagt, auch fährst du heute mal ein bisschen später los. Das ist einfach mal ein bisschen... ...ja, so mal in den Abend hineinfahren, das ist ja auch mal ganz chillig. Ich immer so... ...ja, ob wir da losfahren, Mittag dann... ...oder Nachmittag zu Hause. Ja, wir haben es jetzt 17.09 Uhr hier im Spiel. Eieieiei. Ich habe es jetzt 19.22 Uhr. Real Life. Samstag. Die Klinik kriegt nämlich gerade ein Fläschchen. Wenn man wieder hin und her rennt. Ah, ja. So. Dann. Fahr mal hier möglich herum. Schön. Und wieder auf die Piste. Es scheint wohl wieder eine Autobahn zu sein. Aber mal nicht so schnell. Der neigt sich ziemlich. Und... Feuer frei, meine Freunde. Ah, der braucht ein bisschen. Also 25 Tonnen, das ist schon... ...das ist schon nicht wenig. Da braucht ein bisschen Überzeugungsarbeit. Ne. 38 Kilometer sehen wir da auf dem Radar. Ein C.B.U. Oder so. Oder ist das ein L? C.B.U. Ah, ja. So ähnlich heißt das. Ach, ich drücke die ganze Zeit und überlege, warum der LKW nicht schneller fährt. Der schafft es einfach nicht. Ich habe hier in Teppomaten jetzt schon über 100 gemacht. Was haben wir denn eigentlich an... Boah. Boah. Durchschnittsverbrauch von 55 Litern. Uiuiuiuiuiuiuiuiuiui. Aber da... ...nommen wir nochmal von dem Volvo reden. Naja, gut. Das war jetzt auch... ... die kleine Berg- und Talfahrt. Kann nur ganz leicht. aber über 50 liter 25 tonnen ok ist jetzt nicht so die einfachste strecke 21 grad sind nur noch und wenn wir den noch jetzt muss ich hinter den ein brauchen wir wollen ja dann hat man jetzt hier diese ganze lkw ist die einen immer wieder dazu führen abzubremsen dann wieder zu beschleunigen die ruckeln und nicht abstürzen nicht das letzte video die woche also was ich jetzt aufnehmen das video was morgen kommt wird noch mal ein interessantes video schwertransport der aller feinsten sorte so nun mal so was hier los jetzt kommen sie wieder auf den tee das bilder darauf sammlung also ein container transport hier erst wird aber eigentlich um erfahren ganz cool aus naja ganz toll da vorne ist eine ampel und dann kommt keiner rüber beim ja das läuft ja das läuft ja läuft fahr doch einfach auch auf die straße das läuft ja da ist wieder grün und wer hat denn nicht der idiot hast du einen honky tonke hat nur noch drauf wenn er auf platz ist so würde ich zum real life drohen die anderen könnten abbiegen noch der lgw er wäre natürlich zu uns vorkommen na gut der ist jetzt ein bisschen länger hier der mit seinen zahlen und mit den krokodeln war es ist ja schön aus hier das ist ja mal schönes städtchen hier blinker aus ja da sind wir ja gleich da hatte ich jetzt echt nicht gesehen das ist heute los mit mir das ist schon wieder los engel reiß dich mal ein bisschen zusammen wo bringen wir jetzt am supermarkt das mehl ab naja ok dann ist es halt so verdammt die falsche fahren jetzt da ist da ist der punkt service point so gut ob ich heute noch ein live stream mache heute ja auf dem samstag das kann ich euch nicht sagen weil ich erstmal schauen muss das alles hier hinkriege weil samstag ist auf dem tag der videos und da ist dann manchmal nicht die zeit für was anderes aber morgen seid gespannt auf das doch hoffentlich schöne video spezial oder schwertransport und ich hoffe ihr seid dabei und wünsche allen noch einen schönen wochenende worten mein fisch und sage haut rein macht's gut bye bye